Sorgfalt Sorgfalt. Man sagt, Sorgfalt ist das gründliche Vorgehen, bei dem alle wesentlichen Aspekte beachtet werden. Alle Regeln der Kunst, der Stand der Technik und der Wissenschaft. Aber für uns ist Sorgfalt die Gewissheit, dass es die Leidenschaft ist, die etwas ganz besonders macht. Backen bedeutet für uns die Verantwortung, etwas Gutes zu tun. Einzigartig zu sein, Traditionen zu bewahren und trotzdem mit der Zeit zu gehen. Deshalb backen wir den besten Start in den Tag. Vielfalt, Genuss und die Zeit mit den Menschen, die wichtig sind. Weil wir ganz genau wissen, wie schön ein gemeinsamer Morgen sein kann. Und weil wir wollen, dass jeder Tag mit einem Lachen beginnt. Wir backen für all die großen, staunenden Augen, die immer ehrlich zu uns sind. Die es kaum erwarten können. Für alle, die sich nicht entscheiden können. Und für die, die ganz genau wissen, was sie wollen. Und für die Vorfreude, die ja bekanntlich die schönste Freude ist. Wir backen Freundschaften, die ein Leben lang halten. Einen Ort für gemeinsame Erinnerungen und für die schönsten Geschichten. Weil wir wollen, dass sie immer wieder aufs Neue erzählt werden. Und wir backen für all die besonderen Momente. Für die Gemeinsamkeiten. Für die Augenblicke, die uns verbinden und zusammenhalten. Für die gemeinsamen Abende, die niemals enden wollen. Wir möchten sie mitgestalten, denn wir gestalten gerne. Und natürlich backen wir für den guten Geschmack. Dafür stehen wir. Immer wieder. Wir backen den perfekten Tag. Jeden Tag. Aus Tradition. Aus Leidenschaft. Aus der Lust, immer wieder etwas Neues zu probieren. Herausgefordert zu werden. An den Aufgaben zu wachsen. Und natürlich, weil wir Spaß daran haben. Das treibt uns an, immer wieder das Beste zu geben. Und nicht zu vergessen, dass Genuss eine Frage der Sorgfalt ist. Und sind wir mal ehrlich. Manchmal sind es auch einfach die kleinen Dinge, die den Tag perfekt machen. Armbruster. Die Bäckerei.